Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie wissen ja, bei Coop kann man sich auch versichern lassen. Sei es bei Diebstahl-, Unfall- oder Haftpflicht, Coop-Versicherung bietet umfassenden Schutz und schnelle Hilfe. Vor allem hat sich Coop spezialisiert auf die Lebensversicherung. Herr Harive, was für Vorteile habe ich jetzt bei Coop-Leben? Bei Coop-Leben bekommen Sie sofort Schutz. Das heisst, vom Moment an, als Sie unterschreiben, sind Sie voll versichert. Und trotzdem haben Sie eine 5-tägige Bedenkfrist. Während dieser Frist können Sie ohne Kosten vom Versicherungsvertrag zurücktreten. Aha, das ist nicht selbstverständlich, oder? Nein, tatsächlich nicht. Die Leistung bietet alleine Coop-Leben. Und das ist nicht von ungefähr, dass sich bis jetzt jeder 6. Schweizer für eine Lebensversicherung bei uns entschieden hat. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Harive. Sie sehen also, Coop ist auch mit einer leistungsfähigen Versicherung für Sie da, und zwar zu konsumentenfreundlichen Bedingungen, wie Sie sich das bei Coop gewohnt sind. Vollreis ist sehr schmackhaft und zudem vollwertig für eine gesunde Ernährung. Wir machen einen Lauchreiseidopf. Eine gehackte Siebel und der geschnittene Lauch haben wir so lange im heissen Fett gedämpft, bis der Lauch zusammengefallen ist. Ich mache jetzt den Reis dazu, mische alles gut und lösche dann mit ziemlich viel Bouillon ab. Noch einmal umrühren und dann auf kleiner Flamme zudeckt 40 bis 50 Minuten weiterkochen lassen. Noch ein Tipp. Wenn Sie den Vollreis 1 bis 2 Stunden vorher einweichen, verringert sich die Kochzeit um 10 bis 15 Minuten. Zu diesem ländlichen Gericht passen sehr gute Knaggerli. Das Rezept, das wissen Sie anfangen, steht in der Coop-Zeitung. Und ich wünsche Guten. Das Mittwochstudio ist für heute am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend. Schauen Sie jetzt aber noch, was man am Morgen bei Coop günstiger einkaufen kann. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Schachtel an zwei Portionen Liobafondue statt 7,90 für nur 6,70. Eine Schachtel an zwei Portionen Gerberfondue statt 9,30 für nur 7,90. Ein Liter Coop Erdnussöl statt 5,20 für nur 4,70. Coop Mineralwasser statt 50 Graben jetzt nur 40 Graben. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Vollwäschmitteltasch 3 statt 16,90 nur 14,90. Vollwäschmittel Ariel statt 16,90 nur 14,90. Coop Feinwäschmittel flüssig statt 3,20 jetzt nur 2,50. Auf Wiedersehen.